Hallo und grüß euch. Ein neues Video. Winterreifen der Marke Torvado. Winterpro TS1. EU-Label. Spritverbrauch C. Nässe bei B. Und 70 dB Geräuschentwicklung. Dieser Reifen hat eine Laufrichtung. Wie schon gesagt, ist ein Winterreifen. Produziert wurden diese Reifen in KW 37 2021. Jetzt haben wir KW 26 2022. Produziert wurde der Reifen. Made in China. Lieber Oliver, ich weiß. Ja, jetzt zum Reifen. Profil sieht nicht schlecht aus. Jetzt kommen wir zu der Reifen Profiltiefe. Da haben wir ca. 8 mm. Natürlich nicht viel. 8 mm. Ja, ich habe für dieses Video nichts bekommen. Ich habe die Reifen bezahlt. Ich mache das Video rein für private Zwecke und für Leute, die sich heute Winterreifen kaufen wollen. Und dass sie es auch sehen, wie die ausschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und danke fürs Zusehen.